Ja Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3 Und dieses Mal befinden wir uns im Museum Jo, die Etage selbst scheint, wir gucken mal auf die Karte, ein relativ kleiner Bereich zu sein Dementsprechend wird hier wahrscheinlich auch wieder der nächste Hauptboss zu finden sein Schwieriger finde ich es da wohl eher, die ganzen Juwelen zu bekommen Aber mal gucken, ob wir dann irgendetwas in der Richtung hinbekommen Okay, den Stuhl Na Stuhl Ah, guckt mal Bringt schon mal was den Stuhl zu drehen Und wir haben, au, unser erstes Juwel In Form eines Fußabdrucks Sehr schön Wobei, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Apes Odyssey Hier was? Ah ja doch, guckt mal Weil da sahen ja die Pfoten genauso aus von den Bewohnern Ah, eine Geldledermals Na gut, viel war das jetzt aber nicht Hey, Vogel, 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 du bleibst mal hier So, kriegen wir dich hier auf Hallöchen? Nee, leider nicht Hm, schade Gibt es denn irgendwie was zum Schmeißen hier? Das wäre mal Interessant Aha Oh, das sind ja viele Geldscheine Was ist aber nicht schnell genug Und Aha, jetzt müssen wir alle haben Hey, da fehlt ja doch noch Sehr schön Gut, natürlich machen wir es wie immer Dass wir mit Luigi alles aufsaugen Was geht? Denn Manchmal versteckt sich ja doch Etwas Geld dazwischen Vielleicht auch noch mehr Ah, ich sehe schon Hinten ist denn Das nächste Juwel Die Kralle So einen Besen kann man ja nicht aufnehmen Hier Sieht auch ein bisschen komisch aus Ah, guckt mal Spuckt ein bisschen Geld Der Triceratops Oh Luigi Ob man hier so nachts Alleine im Museum rum Strom an sollte Naja Ob das so gut ist So Haben wir denn noch irgendwo was? Okay Zwei Kordeln Ich kann mir schon denken Das war mit beiden Charakteren hier rum Ziehen müssen Ah, ich sehe was Aber ich habe doch gerade eine Maus noch gehört Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist die Maus? Hallo Maus Ne, verleder Maus auf jeden Fall Eine normale Maus Und hier scheint irgendwie auch was In dem Kasten zu fehlen Ich höre aber noch Irgendwo eine Maus Hallo Luigi Ihr hört die doch auch, oder? Muss die doch irgendwo sein Ah, komisch Naja gut Vielleicht können wir ja hier dann bald mal Alles kaputt machen Irgendwie Vielleicht ist ja hier was drinnen Was ich eigentlich nicht glaube Hallo Oh nein Ah, sehr schön Wenn wir natürlich am Ende der Folge noch Zeit haben Würde ich natürlich sehr gerne Ähm Die anderen Stockberge Zwischen Äh Ich glaube Vier und sechs nochmal Also auch die fünf gucken wir nochmal dann Äh Nach einem Buhu Ist mir natürlich nicht schlecht Wenn wir das mal gucken Tada Ach du Scheiße Hallo Ah, bye bye Genau das wollte ich nämlich haben Oh Gott Bitte sag jetzt nicht Wir müssen Hier gegen den kämpfen Und schaut mal da Da drüben ist ein Totbild Also haben wir wirklich hier noch Unseren Hauptboss Von der Etage Sogar es mal ob es hier irgendwas gibt Denn ich habe mich ja schon einmal angeschissen Beim Öko Haus Sieht aber nicht so aus Mario 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 Gefällt mir alles gerade nicht Hm Scheint aber auch nichts zu geben Na dann Na dann tot Befreie ich dich mal Oh oh Hat der gerade gesabbert Beim Schreiben Na ja Das nenne ich Archäologie mal anders Oder Wie Des Bildes verschwunden Oh Scheiße Echt jetzt Wir müssen gegen den T-Rex kämpfen Ah Necker Die ist ja jetzt schon Wir müssen anscheinend den Rippenbogen wirklich platt machen Ey mach doch nicht alles kaputt hier So Du bist du blöde Hilfe Na toll Na toll Necker Necker Genau Kann man dich auch Oh Scheiße Ich hätte jetzt gehofft dass er sich nicht um Das Ei kümmert Sondern eher um Fruigi Sehr schön Weil wenn er Fruigi frisst Kann ich ihn natürlich Oh oh Problemlos Auffressen dachte ich mir nur gerade Scheiße Hilfe 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 Oh Gott jetzt hat er auch noch eine Schallwelle oder was hier Äh Ich bleib erstmal weg Äh 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 Aufzutreten Hör aufzutreten Oh oh Na komm Aha Damit hättest du aber nicht gerechnet, wa Oh 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 Der siebze nach dran Hey nein, nein er hat mich kaputt gemacht so ein arschloch guck mal wir können noch das einrichtungszeug denn alles ein bisschen zerstören da ist noch ein geist drin ein höhlenmensch geist okay kauer bunger auf dem scheiße diese moment sind hier nicht gerne danke da rechts war ein herz scheiße habe ich zu spät gesehen haben wir noch eins hier irgendwo scheiße komm mach mal hier drüben was kaputt nicht mich ja hinten ist ein herz ich glaube das hätte ich mir lieber mal sparen sollen das scheiß auf die münze gott der recht schnell freundchen na warte jetzt habe ich dich aber 1 2 3 4 naja das klappt doch nur du wirst du hier abhauen kannst naja Sollte eigentlich ausreichen, oder? Eigentlich ziemlich einfach bisher, der Boss. Eins, zwei, drei, vier. Bis auf die zwei, drei Mal, wo wir uns ein bisschen doof angestellt haben. Und ha-ha, boing. He-he-he. Oh ja, da, Herzen, Herzen, Herzen. Immer her damit. Und ich glaube, ich werde da mal tot nehmen dann, damit ich dann die Einrichtung im Vorderbereich alles ein bisschen kurz und klein hauen kann. Weil, sonst noch hier kann ich nicht aufnehmen. Na ja. Einfach mal den Tod befreien. Oh, und der hat den Fahrstuhl noch in der Hand. Sehr schön. Oh, für den untersten Keller. Oh. Okay, okay. Oh. Okay, okay, okay. Ah, ja, dittet, sehr fein. Aha, Luigi, du hast eine weitere Tod gerettet. da bringen wir ihn hier bei mir zum labor in dem du den aufzug benutzt na klar machen wir doch und wir wissen ja wir können ein tod aufsaugen und ich würde mal versuchen mit ihm die ganzen einrichtungen hier ein bisschen mal leider zu zeiten denn hier haben wir schon mal eine perle meine perle meine muschel was hier drinnen irgendwo müssen ja die anderen drei in der steine sein und ich glaube nicht dass die direkt beim bus raum sind irgendwie woanders versteckt kann ich das dinge kaputt schießen bringe ich hätte sein können immer diese fröhliche musik ich wusste doch das was du hast dann eingesammelt so was haben wir dann noch hier wo es sein scheiße auf der anderen seite beinahe tot kommen ja ich will mal gucken ob ich das skelett da oben kaputt machen kann hallo klappt sogar dann brauchen wir noch zwei hier vielleicht sehr fein dann brauchen wir nur noch den gelben edelstein das ist ja noch feiner als fein so ein paar münzen kriegen wir noch da haben wir glaube ich jetzt ein goldbarn nicht gekriegt weil ja der geist daraus gedümpelt ist na komm komm ja tot und das ding da wird dann noch kaputt danke ohne perle 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 drei waren drei stück oder schön auch im museum haben wir alle juwelen na dann bringen wir tot zum professor ich trage dich mal lieber mein freund obwohl das dauert mir zu lange und danach geht es gleich in ebene vier oder fünf vier und fünf muss hier nochmal nach rüben ne vier war ja das einkaufshaus da war ich ja schon die katze hat wie alle drei schwänze beruhig dich sarah schreck beruhig dich ja natürlich nun denn luigi jetzt fehlen nur noch ein weiterer tot prinzessin beach und mario die hälfte ist geschafft viel glück die hälfte also er erzählt ihn mit als gerettet dann könnte es stimmen da waren es insgesamt sechs leute na dann b2 wird eingefügt aber wir gehen noch nicht dorthin denn das wird uns dann erst wie versprochen in der nächsten folge erwarten aber wir haben noch ein bisschen zeit dementsprechend gehen wir jetzt auf ebene fünf zu den vip zimmern ne zu nummer vier erst genau vier dann fünf dann können wir nochmal in der acht gucken wobei die acht können wir auch in der übernächsten folge gucken und wir kommen einfach dann immer nochmal in die etagen so langsam zurück um die buches zu suchen weil ich gebe wie gesagt davon aus dass immer pro etage nur ein buch vorhanden ist so hier wie bereits noch nicht gut in die vier müssen wir sowieso nochmal zurück wegen äh den einem fehlenden juwel und ich kann mir schon gut vorstellen wo das ding herum dümpelt vibriert vibriert aber nichts okay sehr merkwürdig ah hier doch hier schon eher aber hier ist noch nicht so ein düsteres ah ja so dann gucken wir mal wo könnte er sein hier ist eine kiste ne hier schon stärker ah da hinten hier eher ne scheiße war doch da hinten tata ich bin's dj bubu jetzt aber volle lautstärke na super schade müssen wir doch nochmal irgendwo draußen gucken das ist aber merkwürdig dass wir draußen das nicht angezeigt bekommen haben im nachbarbereich aber ist ja nicht schlimm hier nicht hier jetzt vielleicht wo ist er hin wo ist er hin gut hier nicht dann haben wir noch den konzertbereich was solle oh oh hier vibriert es schon stärker hier gar nicht mehr ja hier ja hier muss auch irgendwo sein ne nicht doch ich wollte nochmal gar nicht treten auch mann und ich wollte eigentlich hier mit der düsterlampe scheiß dreck weil ich wollte eigentlich so machen in der hoffnung dass man dann irgendwie mal was sieht machen wir den großen platz na scheiß doch wir machen wir den großen platz hier muss er hin hä ok ist er halt nicht mehr hier das vibriert hier schon also wird er hier drin sein yo so jetzt aber nee oh hier richtig stark das ist doof wenn die dinger so nebeneinander sind hier ist es nicht schwächer also er ist hier vorne irgendwo jetzt ist die frage hier ich mach hier ja oder wacher dieses hotel rockt komm her freundchen damn damn der stirb stirb oh ja das gibt ordentlich nieder du wirst dich doch dass du dich da hinten versteckst und auch das war's für dich oh nein da links war auch noch ein goldbaum scheiß die wandern rein mit dir freundchen sehr schön oh yeah haben wir auch den besiegt na dann zeit genug haben wir noch wir sind ja heute mal ein bisschen zeitig dran luigi macht sich auf den weg ich merke ich war ja letztes mal als wir beim professor unten waren habe ich ja nicht wirklich einen einzigen tot da unten rum die tümpeln sehen wenn ich mich recht im Sinne aber vielleicht sind die außerhalb vom labor was aber eigentlich auch nicht wirklich Sinn macht denn da sind sie gar nicht so gut geschützt so spuk schloss hatten wir schon im vip zimmer brauchen wir noch und dann machen wir vielleicht danach auch noch im achten stockwerk weil was war denn da nochmal war das ökohaus ich bin mir grad nicht mehr sicher doch machten wir doch das ökohaus ne hoffe ich dass es natürlich dann irgendwo weiter unten ist hui hui hier ich wollte grad sagen am fahrstuhl ruft er und nicht nach mario was ist das für ein quatschhug oh es vibriert hier schon stark das heißt könnte hier schon drin sein nein nicht hier drin schade wenn es aber hier vorne im eingangsbereich schon vibriert hat hat es eigentlich gerade würde ich erstmal hier versuchen oh ja hier vibriert es mehr ne ah guck mal das ist noch eine truhe habe ich ganz vergessen hallo plupp einmal runter mit der luigi äh fluigi jajajaja jajajajaj ja jetzt hätte man sich auch sparen können äh dumme spinne hau bloß ab du so die frage hier drin ja hier muss auch sein sondern kommen wir mal ja hier sagen andere seite scheiße das mit dem hotel zu machen schade wo könnte er jetzt in sein zwei auf einmal zwei auf einen streich kommt schon wieder also würde ich sagen dass er hier drin nein ist er nicht schade so bleibt mir bloß fern bitte nicht bitte nicht bitte nicht 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 dann gehe ich hier rein hier so hier kann man nichts öffnen so das heißt bleibt ja nur noch hier die kiste hier versuchen sehr schön und hier bist du bestimmt zwei drei vier fünf sechs sie machen 10 11 3 kann es mir das wird das hier schade nicht so viel naja und da auch sehr schön da wollte ich von vormer schrecken diese dann ist auch glaube ich diese etage frei dann ist als nächstes etage nummer 7 dran das müsste das ökohaus gewesen sein nummer 8 war das filmstudio genau dann das ökohaus noch probieren schnell und wenn wir mit der etage durch sind können wir ins unterste untergeschoss gehen und dann hoffentlich den fahrstuhl knopf nummer 10 kriegen oder 11 wäre eigentlich mal interessant wieder mal eine etage zu überspringen wie wir es ja schon mal hatten das kann ich also das war ja irgendwann ganz am anfang ich finde es halt so ein bisschen doof dass es dann doch zu linear irgendwann ist mit den ganzen geschichten hier aber ja ist also dann vorbei an den anderen leiten hier wie wir jetzt schon aber hier ist noch nicht also müssten wir irgendwo nach oben gehen so fast davon aus hier im ersten raum könnte der drin sein das wird schon ein bisschen mehr wenig raum also das war noch ins höhere scheiße aber der ist wohl nicht dabei gut ist doch hier drin wird auch hier nicht drin sein schon bist du ja hier doch hier muss er drin sein ja okay also irgendwo wo wir dran drücken können hier hier hinten irgendwo eine vase daneben scheiße der botaniker wehe du zertrampelst mir irgendwelche blumen das wird jetzt ein bisschen doof schade schade kommt her ihr dumm fledermäuse auch da fällt mir ein vielleicht haben wir ja Glück und kriegen äh ne wir haben ja nicht zum zerschmettern oder scheiße doch hier hinten vielleicht kriegen wir ja nochmal die perle hier ist einer nicht bekommen haben ne wahrscheinlich nicht sonst wäre sie jetzt schon rausgeploppt na dann das hat hier gerade leicht vibriert ich gehe von oben und gleich mal durch hier scheint da nicht zu sein ja nicht so wirklich wir haben ja aber noch oben zwei zimmer hier lang genau wie gut ist ja wir können ja dann von ganz oben einfach nur unterrutschen das war dann ab luigi mensch erschreckt mich doch nicht so so freundchen ich muss hier auf der anderen seite rein wegen dieser scheiß ja ging es noch oh oh da ist noch so ein kleiner ich will nicht gegen die zählen kämpfen ja wo ist er so drei so eine kleine ich glaube nämlich der ist hier oben irgendwo drinnen der bohu sonst macht es nämlich keinen sinn also scheiße ist er nicht was sind dann noch ein raum eigentlich nicht ne oh ne hd naja dann einmal runterrutschen diese mäuse jagt ey und einmal runterrutschen da schaffst du schon luigi alles mit der ruhe oh nein geister warten alle weg so freundchen wo bist du mensch wir können ja eigentlich immer nur von der halle von a nach b irgendwo reingehen also kann nicht so schwer sein dadurch dass es hier vibriert und gerade ein bisschen steiger wird wird er hier drin sein hoffe ich doch ja toll ne noch nicht oh gott hier gibt es ja auch so eine rasen auch sehr stark ne schwächer ja schon sehr stark hier ist er drin ja da ist er der botaniker wo ist er da ist er ah da ist er wohl gerade sagen geht denn die dings nicht kaputt erstmal die ganzen und da haben wir auch den letzten den wir in der heutigen folge noch holen wollten sehr schön dann brauchen wir jetzt ja nur noch zum fahrstuhl zurückgehen den knopf betätigen und dann sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder wenn es heißt luigi's menschen 3 und zwar wenn wir in den keller gehen und das bisschen könnte doch von hier oben runter springen meine luigi hält das doch locker aus warum wir nicht wir sind unsere eigene leute luigi und nöpfchen drücken einmal fahrstuhl danke na dann freunde wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es in die wasseranlage geht ja ich sage nur noch tschau tschau